Hallihallo an alle die eingeschalten haben. Dies ist ein kleines Dankeschön Video an einen lieben Spider-Kollegen. Viele wissen jetzt schon wer es ist. Das ist unser Thorsten. Er hat mit der Reiker angefangen, ist auf die F3 umgestiegen. Jetzt fährt er das Flaggschiff die RT und er hat sich ein zweites Standbein aufgebaut, spiderbear.de. Und das möchte ich gerne mit einem Spider-Kollegen teilen. Und ich bitte euch auch, teilt dieses Video, dass auch andere Spider-Kollegen an Teile rankommen, an Fragen, Klärungen etc. pp. Einbau-Trips und Tipps. Oder wie gesagt, Thorsten bietet das auch mit an, die Teile, die er verkauft, auch einzubauen. Gerade jetzt so ein bisschen speziell mit diesen ganzen Lampen, die da verbaut sind. Das werdet ihr dann sehen, was es eigentlich alles so für ein RT gibt. Ja. Wie gesagt, teilt bitte das Video, lasst andere Leute auch an die Seite. Und geht auf die Seite www.spiderworld.de. Ich war letztens eigentlich nur auf dem Kirchchen dort, aber ich sagte, Thorsten, irgendwas scheppert hier. Ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerz. Hat er sich drauf gesetzt, ist die Straße oben runtergefahren. Er sagt, das hört sich eine Riemenscheibe an. Da lief ja auch mal eine Rückrufaktion. Das wurde dann bei mir auch schon mal gewechselt. Und da hat er bei Schwarz Powersport angegriffen. Wir haben gesagt, ja, das müsste dann noch mal gewechselt werden auf Kulanz. Da ist mir natürlich ein Stein von Herzen gefallen. Ich habe natürlich einen kleinen Termin gemacht bei Schwarz Powersport. Das hat aber jetzt im November geklappt. Ich konnte ja nicht noch mal fahren mit dem Fahrzeug. Da bin ich mit dem Hänger hin und konnte drauf warten. Die haben wir fertig gemacht. Und jetzt habe ich natürlich einen ruhigen Saisonabschluss für mich, dass ich weiß, das Ding ist wieder heiler. Also wie gesagt, ihr habt Telefonnummer, ihr habt E-Mail, schreibt mir, ruft ihn an, er meldet sich zurück. Und da seid ihr in guten Händen bei den Kerlen. Hier seht ihr ja so ein paar Bilder. Er bastelt auch an Fendern rum. Er macht euch hier eine Inspektion. Er macht Reifenwechsel, stellt euch einen Riemen auch vernünftig und ist gut da. Ihr wollt eine Pedalbox, die bekommt ihr rein, die richtet ihr euch auch an. Ihr wollt einen Akrapovic, verstellbaren Lenker für die RT. Hier ein Highlight. Wilpers für die RT. Nur bei Spyderword.de zu erhalten mit Freigabe. Hier ein toller Windabweiser. Er hat alles an der RT, was es überhaupt gibt. Hier Belöschung am Fender, an den Koffern hinten, vorne am Fender. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Hier ein toller Schalter. Bekommt ihr auch nur bei Trosten. Da könnt ihr das Licht, wenn ihr sagt, ne, ich will es auslassen. Oder als Zusatz mal, als Highlight mal abends anmachen. Könnt ihr euch den Schalter bei Torsten bestellen. Hier habt ihr noch so ein paar Sachen. Taschen für F3, für RT, eine Lehne für die F3. Hier noch Fuß, wie nennen sie sich, Trittbretter für die F3. Und hier ist das gute Stück von Torsten voll beleuchtet. Und wie gesagt, ihr könnt die Lampen dort erwerben. Und ein Einbau macht da auch mit. Macht mit ihnen den Preis aus. Und könnt euch drauf verlassen. Das wird auch vernünftig gemacht. Ja, das mal kurz dazu. Torsten, Dankeschön für dich gedrückt und geknuddelt. Und bleib so wie du bist. Und bleib uns treu und heil. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Dein Mario Spider RTLs.